Hallo liebe YouTube Menschen, in den letzten Wochen und Monaten wurde ja von dem einen oder anderen Hersteller wieder so zack 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 das ein oder andere interessante Gerät auf den Markt geworfen und ich habe mir überlegt, also ich wusste erst gar nicht ob ich sage oder nicht, nicht dass man da wieder in irgendwelche Verpflichtungen kommt, aber um auch mal wieder so ein bisschen Regelmäßigkeit in diesen Kanal zu kommen und weil ich so viel positives Feedback von euch bekommen habe, mache ich jetzt regelmäßig einen Spec-Check zu neuen aktuellen Geräten und da kommt ihr auch ins Spiel zu aktuellen Geräten, die ihr interessant findet, wo ihr sagt, hey da würde mich ein Spec-Check mal interessieren, wir schauen uns einfach mal so ein Gerät ein bisschen näher an, gucken was so unter der Haube steckt, was der Hersteller richtig gemacht hat und was der Hersteller vielleicht auch falsch gemacht hat und ich will versuchen einfach jetzt so in den nächsten Wochen erstmal, vielleicht als Ziel erstmal dieses Jahr, jeden Sonntag einen Spec-Check rausballern für euch und da seid ihr jetzt wie gesagt gefragt, haut mir doch mal in die Kommentare, welche Geräte ihr denn interessant findet, welches Gerät von welchem Hersteller lohnt sich denn für einen Spec-Check. Den Anfang macht heute Sony mit dem Sony Xperia 5 Mark II und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Sony bietet das Gerät in drei Farben an, zum einen blau, dann grau und ein schwarz, also alle drei eher dezentere Farben, jetzt nicht so was knalliges, das wirkt so ein bisschen edler, erwachsener, finde ich persönlich jetzt nicht schlecht, wobei ich ja sagen muss, ich tendiere sowieso in der Regel immer zu schwarzen Geräten, daran sieht man sich nicht so schnell satt wie an irgendwelchen besonderen Farben. Wobei ich ja sagen muss, dass ich das Silber auch gar nicht mal so schlecht finde, das Blau sieht eigentlich auch ganz gut aus, also bis dahin meiner Meinung nach schon mal alles richtig gemacht. Und Sony bewirbt das Gerät auf der eigenen Homepage ja unter Höchstleistung im kompakten Design und ich finde, das ist an der Stelle auch gelungen. Die Abmessungen betragen hier 158 x 68 mm und in der Dicke ist das Ganze 8 mm stark. Das Gewicht beträgt übrigens 163 Gramm. Und seit dem iPhone 12 Mini ist kompaktes Smartphone ja wieder so ein bisschen ein Thema geworden. Und ich finde, auch wenn das Sony Xperia 5 Mark II da ein bisschen größer ist, reiht es sich auf jeden Fall noch in die kompakten Geräte mit ein. Aber soviel erstmal zu den Äußerlichkeiten. Ich würde sagen, wir klappen jetzt mal die Haube auf und gucken, was Sony da drunter verbaut hat. Zum Einsatz als Prozessor kommt hier der Qualcomm Snapdragon 865 in der 5G Variante. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das ist ein guter Prozessor, mit dem es garantiert für die nächsten Jahre noch genug Leistungsreserven gibt. Wobei man da mit den nächsten Jahren relativ vorsichtig sein muss, weil Smartphones werden ja rausgeballert wie die Brötchen beim Bäcker. An Arbeitsspeicher verbaut Sony hier 8 GB. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall auch ausreichend sein. Schöner wäre natürlich ein bisschen mehr gewesen, denn sind wir nun mal ehrlich, ob man das nun braucht oder nicht. Aber Zahlen ziehen nun mal und auch im Verkauf von Smartphones sind Zahlen halt ein Zugpferd. Beim Massenspeicher spendiert Sony dem Xperia 5 Mark II 128 GB. Und wem das nicht reicht, weil er seine komplette Musiksammlung auf dem Gerät mit sich schleppen will, der kann das Ganze per Micro SDXC Karte erweitern um bis zu 1 TB. Und ich denke mal, damit ist jede Musiksammlung in der Hosentasche gut aufgehoben. Und damit man der Musikhörung auch ordentlich frönen kann, hat Sony dem Ganzen einen 4000 mAh starken Akku verbaut. Ich denke mal, das ist relativ gut. Damit kommt man auf jeden Fall über den Tag hinaus. Und ich denke mal, damit kann man ordentlich hier Musik rein und hoffentlich da nicht wieder raus. Musik hören, ihr wisst, was ich meine. Und für alle von euch, die mit ihrem Sony Xperia 5 Mark II nicht nur Mucke hören wollen, sondern auch den einen oder anderen YouTube-Film oder Netflix-Film streamen wollen von unterwegs aus, da hat Sony natürlich auch ein ordentliches Display verbaut. Wir haben hier 6,6 Zoll verbaut. Das ist eine Display-Diagonale von 16,5 cm, denn Sony verbaut hier ein 21 zu 9 Format. Das heißt, wir haben ein relativ schmales, aber dafür etwas länglicheres Gerät im Formfaktor. Finde ich persönlich jetzt ansprechend, aber auch das ist natürlich immer der eigene persönliche Geschmack, ob einem das zusagt oder nicht. Sony betitelt das Ganze hier als Full HD Plus HDR OLED Display im 21 zu 9 Format, wie schon erwähnt. Auch das ist wieder so ein bisschen Marketing, bla bla bla. Der Name muss sich ja schließlich auch schön anhören. Was sich auch noch ganz schön anhört, das ist die Auflösung, denn die beträgt 2520 mal 1080 Pixel. Also ich denke mal, da sollte auch für das geschulte Auge ein ordentliches Bild verfügbar sein und für den Pixel-Piker und Meckerer sollte das auf jeden Fall klar gehen. Was auf jeden Fall auch noch klar geht, das finde ich persönlich, ist wirklich toll, dass Sony das hier verbaut hat. Das ist das 120 Hertz Display. Damit bewirkt alles noch so ein bisschen smoother und flüssiger, genau wie ich. Und apropos smooth und flüssig, das Ganze ist natürlich auch wassergeschützt und in dem Fall nach IP 65-68. Das heißt, wenn da mal die ein oder andere Träne auf das Gerät kullert, während ihr Titanic schaut, dann sollte das dem Gerät auf jeden Fall auch nicht schaden. Nicht schaden tut auch das Corning Gorilla Glass 6, denn das hilft dem Gerät so ein bisschen, wenn ihr mal zu viel Hulk geguckt habt. Auch da, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Musikgenuss zurückkommen, denn diejenigen von euch, die vielleicht auch schon so wie ich ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die wissen, dass Sony ja eigentlich Vorreiter war. Stichwort Walkman hat eigentlich jedes Kind der 90er geprägt, auch wenn sie nur einen billigen Nachbau hatten vom Polenmarkt, so wie ich. Ganz traurig, hatte auch nie ein Original Sony Walkman, aber das war immer auf jeden Fall was Erstrebenswertes und wenn man jemanden mit einem Sony Walkman gesehen hat, hat man gedacht, wow, cool, Sony Walkman. Und deswegen hat Sony seinem Xperia 5 Mark II auch High Resolution Audio Wireless verpasst, also für den extra guten Hörgenuss. Und für alle, die ihr Audio nicht wireless genießen wollen, für die gibt es natürlich auch nach guter alter Manier einen 3,5 mm Audioanschluss mit DSEE Ultimate 360 Reality Audio und LDAC. Und was die Abkürzungen alle bedeuten, völlig egal, was auf jeden Fall von Sony angepriesen wird, das ist Musikgenuss, der qualitativ noch über der guten alten CD liegt. Verdammt, da kann man ja schon echt in der Vergangenheit schwägen. Walkman CD. Über das Display haben wir ja gerade schon gesprochen. Und natürlich kann man mit dem Display nicht nur Filmchen und Fotos anschauen, die man zugeschickt bekommt. Nein, man kann natürlich auch vernünftige, coole Fotos und Filme machen, zumindest sagt Sony das. Denn Sony hat dem Xperia 5 Mark II eine Kamera, zwei Kameras, nee, drei Kameras spendiert. Zum einen ein Weitwinkelobjektiv mit 24 mm, mit 12 Megapixel Auflösung und einer Blende von f1.7. Das Ganze hat dann einen Blickwinkel von 82 Grad. Als zweite Kamera kommt ein Teleobjektiv zum Einsatz. Das bietet uns eine Brennweite von 70 mm, auch mit 12 Megapixel Auflösung, einer Blende von f2.4, also ein bisschen lichtschwächer, und dafür einer Brennweite von 34 mm, von 34 Grad Entschuldigung, denn es ist ja auch ein Teleobjektiv, also nicht wirklich weitwinklig. Wer es weitwinklig will, der muss auf die dritte Kamera zurückgreifen. Da verbaut Sony eine Ultra-Weitwinkel-Kamera, beziehungsweise ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit ganzen 16 mm, mit 12 Megapixeln auch wieder, einer Blende von f2.2 und unglaublichen 124 Grad Blickwinkel. Und für die Selfie-Jäger unter euch, natürlich gibt es auch noch eine Frontkamera, die bietet 8 Megapixel, eine Blende von f2.0 und 84 Grad Blickwinkel. Also da passt auch noch mit eurem Schatzi drauf, für ein schönes Selfie, ne? Für Instagram, oder ihr wisst, ne? Beim Sony Xperia 1, das habe ich mir ja auch mal genauer angeguckt, da gibt es ja auch ein Video auf dem Kanal hier dazu, da hat mich so ein bisschen die Videofunktion enttäuscht, denn Sony, sind wir mal ehrlich, die Sony Alpha-Serie, ich filme das Video hier übrigens auch mit einer Sony A7 III, das sind wirklich sehr, sehr gute Kameras, ne? Also Sony A7 III, A7S, A7R, alles wirklich sehr, sehr gute Kameras und damit hat sich Sony auf dem Markt auf jeden Fall einen Namen gemacht. Im Sony Xperia 1 hat das Ganze so ein bisschen geschwächelt, obwohl es da auch extra eine Cinema-App gab, aber so wirklich geil war das Ergebnis nicht. Hier ist es jetzt so, dass wir mit dem Gerät 4K-Slow-Motion-Filmaufnahmen in HDR mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde machen. Und laut Sony ist es halt das erste Smartphone, das das in der Qualität hinbekommt. Außerdem verbaut Sony einen Augen-Autofokus, beziehungsweise einen Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit und das nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Da könnt ihr euren Schnuffi oder euer Miezi ordentlich fotografieren und da sind die Augen immer schön scharf, habt ihr immer schön scharfe Bilder. Des Weiteren wirbt Sony noch damit, dass man bei Fotos und Videos die volle Kontrolle über die Kameraeinstellung hat. Das heißt, ISO-Wert, Belichtungszeit, Weißabgleich, das könnt ihr alles nach eurem Gusto einstellen. Müsst ihr natürlich nicht, das macht natürlich die Kamera auch vollautomatisch, aber haben es besser als brauchen und können es besser als wollen. Tja, Sony, Sony. Eigentlich vieles richtig gemacht und das Gerät liest sich von den Specs her und von dem, was Sony da bietet, auf jeden Fall recht interessant. Was ich an Sony nur schade finde und was ich so ein bisschen kritisieren muss, die lassen immer den Hype verpuffen. Die stellen ein Gerät vor und ein halbes Jahr später kann man sich dann irgendwo irgendwie kaufen und dann ist so das erste Aha-Erlebnis, wenn ich jetzt hier lese, 120 Hertz Display, 4K-Aufnahmen mit 120 Frames pro Sekunde in guter Qualität. Da freut man sich auf das Gerät, aber man kann es sich nicht sofort kaufen. Es zieht halt immer zu viel Zeit ins Land und da ist die Konkurrenz dann oft schon einen Step weiter. Und vor allen Dingen, wenn die Geräte der Konkurrenz etwas länger auf dem Markt sind, dann ist es ja auch so, dass die günstiger werden. Und das Sony Xperia 5 Mark II, ich glaube, das hat eine UVP, ich muss hier mal ganz kurz auf meinen Spieker zielen, 899 Euro und das ist verdammt viel Geld für das Smartphone. Ich meine, klar, das wird wahrscheinlich ein gutes Smartphone sein, gute Fotos machen, gute Videos machen, man kann darauf vielleicht toll Filme gucken, seine Musik super hören, aber für 899 Euro bietet die Konkurrenz auch echt viel. Das ist zumindest meine Ansicht. Wie ist denn eure Ansicht? Sagt ihr, hey, Sony underrated, gerade so Kamerasparte, Musikparte, Sony sollte mehr Chance gegeben werden, die sollten nicht in der Versenkung verschwinden oder sagt ihr, Sony ist mir leider völlig egal oder vielleicht habt ihr auch noch das ein oder andere Feature, das ich nicht erwähnt habe, was ihr als phänomenal bezeichnet, denn da gibt es ja noch viel, viel mehr. Das hier war jetzt ja so ein kleiner Overview. Haut es mir doch mal in die Kommentare und ihr wisst es wie immer, mit einem Daumen nach oben für alle, die bis hierhin drangeblieben sind, bringt ihr mein Herz zum Leuchten und mein Herz leuchtet noch mehr, es explodiert förmlich, wenn ihr mir ein Abo schenkt und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin sage ich einfach mal, schön mit Öl!